Hallo liebe Karin, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen. Ja, Lubavet, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir wollen heute über deine super tolle App reden, die du entwickelt hast. Aber bevor wir das machen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal nochmal selber vorstellst. Ja, ich heiße Karin Kattwinkel, habe vor über 20 Jahren EquoVades gegründet. Das war damals eine Hofanlage mit festem Seminarzentrum und Reha-Zentrum für Pferde. Der Name ist geblieben. Nach 15 Jahren habe ich die Immobilie wieder abgegeben und bin seitdem mobil unterwegs. Mit ganzheitlicher Therapie und pferdegerechtem Training mache Kurse. Vor Corona durchaus auch in anderen Ländern. Corona hat dann die Welt ja verändert, wie du weißt. Und ja, auf meine alten Tage habe ich mich noch voll in das Online-Geschäft eingearbeitet. Corona wollte einmal meinen vollgefüllten Terminkalender komplett canceln. Ich hätte fast jedes Wochenende einen Kurs gehabt und die nächsten zehn Wochen auch immer mit Terminen vor Ort in den Stellen zum Helfen der Pferdebesitzer voll gehabt. Und das ging ja dann alles nicht mehr. Und ich habe mich dann eingelesen, gegoogelt, YouTube-Filme geguckt. Ich muss mal niesen. Ich habe schon tagt. YouTube-Filme geguckt, wie das alles so funktioniert. Mir dann das Equipment, was ich brauchte, von der Corona-Soforthilfe gekauft. Und losgelegt mit den ersten Webinaren und bin auch nach Corona oder jetzt noch dabei geblieben, dass ich also einen Großteil online mache, weil ich festgestellt habe, dass ich Menschen in weit entlegenen Gebieten auch helfen kann. Also es geht von Norwegen über Alaska, New York, Las Palmas, Barcelona, dass Menschen sich bei mir melden. Die hätte ich ja vorher nie erreichen können. Und habe auch mittlerweile ein ziemlich ausgeklügeltes System für Videoanalyse. Also welche Fotos brauche ich? Welche Berichte vorbereite? Aus welchen Perspektiven müssen die Menschen mir Videos einschicken? Und habe das entweder im Zweiergespräch oder manchmal auch in speziellen Webinarreihen dazu aufgedröselt, manchmal mit Tierärzten an meiner Seite und wirklich Dinge festgestellt. Einfach, wenn man so einen ganzheitlichen Einblick bekommt, fiel es sich in Zeitlupe und vorwärts und rückwärts und häufiger angucken kann. Ganz anders, als wenn man beim Pferd vor Ort ist und das eben einmal an einem vorbeigelaufen ist. Und man kann es vielleicht noch zwei-, dreimal wiederholen. Ein ganz anderes Arbeiten geworden. Ja, und habe dann auch viele Online-Kurse entwickelt, Webinar-Mitschnitte und komme mir jetzt eigentlich mehr vor wie so ein Schreiber und Cutter. Also ich cutte selber meine Filme, vertone alles selber. Das hätte ich mir vor Corona überhaupt nie träumen lassen. Und ich profitiere jetzt einfach davon, dass ich in den mittlerweile 30 Jahren meiner Tätigkeit alles aufgehoben habe. Jedes Foto, jedes Video. Jedes Skript, Mitschriften von Fortbildungen, die ich ja ewig immer schon mache und auch immer weitermache, weil es immer wieder neue Themen gibt, die einem begegnen. Und ja, das baut sich jetzt im Prinzip in meinem hier Büro, wie du siehst, mit tausend Büchern auch im Hintergrund dann zu neuen Skripten und neuen Unterlagen zusammen. Also ja, ein buntes Pferdeleben sozusagen, also immer wieder neu unterwegs. Ich finde das so putzig, weil wir kennen uns ja schon richtig, richtig lange. Und wenn man sich unsere beiden Leben so anguckt, gibt es immer so viele Parallelen. Das stimmt, obwohl wir so weit voneinander entfernt sind. Auch ich hatte ja 18 Jahre einen Hof, auch ich habe eigentlich ja nur noch Kurse und Seminare gegeben und vor Corona auch einen Terminkalender, der aus allen Nähten geplatzt ist. Wir hatten 53 Kurse in dem Jahr gehabt. Ja, ich auch ungefähr. Und hat mal kurz alles auf Null gesetzt und ich bin seitdem ja auch in dieses Online-Ding reingesprungen. Und ganz klasse finde ich halt auch, ich mache ja auch Online-Unterricht und du hast ja mittlerweile auch einige meiner Schüler in Betreuung, weil das ist natürlich für mich total genial, dass wenn ich wirklich nicht weiter weiß, weil ich sehe, okay, mit dem Pferd stimmt was. Und ja, dass wir einige ja mittlerweile zusammen betreuen und ich finde das eine ganz tolle Zusammenarbeit und eine ganz tolle Ergänzung. Finde ich auch, also ganz klasse, tolles Arbeiten wirklich. Ja, und als ich dann gesehen habe, dass du diese App herausgebracht habt, dachte ich im ersten Moment ein bisschen hochmütig, ach, das brauche ich nicht, weil ich sehe, wenn ein Notfall ist, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe eine Heilpraktika-Ausbildung, ich habe eine Tierheilpraktika-Ausbildung. Ich habe seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, eigene Pferde und ja, bin ja auch ganz viel in diesem medizinischen Bereich unterwegs. Und als ich dann mir deine App aber genauer angeguckt habe, bin ich dann ganz bescheiden geworden und habe gedacht, okay, das ist ja viel mehr, als ich mir eigentlich darunter vorgestellt habe. Und deswegen wollte ich gerne dieses Gespräch mit dir führen, dass du mir ein bisschen mal erzählst, was es denn mit dieser App auf sich hat, weil ich denke, eigentlich sollte das wirklich jeder Pferdebesitzer haben, weil es ist ja eigentlich mehrere Bücher in einem, die man dann immer in seinem Handy parat hat. Und so viel Wissen, was da drin ist, so viele wertvolle Informationen, die sich da drin verstecken und auch so viel Service, dass ich echt nur sage, ja, Hut ab, Respekt, da hast du wieder richtig, richtig, richtig was Tolles zusammen herausgearbeitet mit, ich glaube, zwei Tierärztinnen hast du. Ja, genau. Tierheilpraktikerin. Ja, Tierheilpraktikerin natürlich auch. Es sind auch immer mal wieder bei einzelnen Themen Experten mit dabei, die jetzt nicht alle in der Agenda von der App mit aufgeführt werden wollen, teilweise auch. Also unser genialer Pferde-Osteopath Ralf Döringshoff natürlich auch immer mal wieder. Und ja, das Projekt ist ja eigentlich in der zweiten Auflage. Wir hatten das 2019 schon mal gelauncht und waren auch von der Equitana damit als Innovationspreis vorgeschlagen worden. Ja, wir haben dann damit den Innovationspreis nicht gewonnen, weil ich im selben Jahr mit den Reitheizwesten gewonnen habe und zweimal den Innovationspreis, dasselbe Unternehmen, das wäre nicht möglich gewesen. Und wir haben dann nochmal neu anfangen müssen, weil ganz wichtig bei so einem Projekt ist natürlich der Partner, der für die ganze IT, für das Programmieren zuständig ist. Also die Texte, die Inhalte zu erstellen und die Redaktion und die Bilder vor allen Dingen und die Videos dazu, das ist schon mal ein riesen, 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 riesen Aufwand. Aber die Programmierung natürlich auch, die Verknüpfung, die Suchwortgeschichte, dann alles, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe, dass auch die Bilder an der richtigen Stelle sind, die Videos ablaufen und die Kapitel richtig hintereinander kommen und so weiter und so weiter. Und da haben wir dann mit der ersten Agentur ein bisschen Schiffbruch gelitten. Die hatten diesen Innovationspreis irgendwie im Auge und danach irgendwie die Lust dran verloren. Und wir konnten dann einfach auch das Geld nicht mehr bezahlen. Die haben zu einem Festpreis diese ganze App aufgesetzt und wollten dann für jedes bisschen ändern. Jedes Telefonat, was geführt wurde, astronomische Stundenhonorare aufrufen. Und das bringt so ein Produkt halt nie ein. Das ist ja keine App, die alle Menschen dieser Welt haben wollen. Ich würde mich freuen, wenn die meisten Reiter sie irgendwann hätten, weil wirklich viele Sachen drinstehen. Es geht nicht nur um Erste Hilfe, sondern wir machen im Prinzip ein komplettes Notfall- und Krankheitskompendium inklusive Wie kann man denn bitte schön vorbeugen? Vielleicht zeige ich es einfach mal so ein bisschen, wie es aufgebaut ist. Dann ist es nicht so trocken. Genau. Ja, das hat mich ja eben auch so begeistert, dass ich ja dachte, mein Gott, das ist nicht nur Erste Hilfe. Das ist ja echt viel, viel mehr. Aber genau, zeig du mal ein bisschen und erklär mal ein bisschen. Das wäre also die Website. Wir haben natürlich eine Website im Hintergrund, die erklärt, was findet man auf der App, wie funktioniert diese App. Und das ist die Adresse. So und dann das Hauptthema ist eben die Gesundheitsfürsorge. Deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass man sich einfach mal mit dem Handy aufs Sofa setzt oder legt und einfach mal drin blättert, weil es ist eigentlich Wikipedia-Medizin-Kompendium und Erste Hilfe-App in einem. Und die ist halt so aufgebaut, dass wir verschiedene Rubriken haben. Und das sind also wirklich die Notfälle hier, die klassischen Notfälle wie eine Kolik oder Pferd hat sich was ins Auge gestochen oder Verdacht auf einen Beinbruch oder eine stark blutende Wunde. Das sind die Notfälle. Erste Hilfe, was kann ich selber machen bei verschiedenen Krankheitsbildern? Also brauche ich überhaupt einen Tierarzt? Was probiere ich vielleicht schon mal? Was helfen könnte, aber auch inklusive aller Gefahren und Verwechslungsmöglichkeiten mit ganz vielen Fotos und Videos dazu. Dann haben wir Listen, Dinge wie, wie lege ich einen Verband an? Das gehört ja jetzt nicht zu einem Krankheitsbild. Notfalltransport, wie bereite ich das vor? Woran muss ich denken? Wie verteile ich die Aufgaben? Dann Listen von Kliniken, damit jeder in der Umgebung was findet. Und dann natürlich den großen Bereich Suche. Das heißt, ich kann einmal über eine Stichwortsuche gehen, die die Symptome beschreibt, wenn ich nicht genau weiß, was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich sehe, es ist dick und warm, aber vielmehr weiß ich eigentlich nicht. Und dann kann ich über Geschwollen und Wärme als Stichworte dann gucken, zu welchen Krankheiten, Problemen gehört denn das? Und mich dann im Prinzip über die Körperregionen näher rantasten, um zu finden, was ist es denn eigentlich? So, und dann ist es so aufgebaut, dass wir immer mit solchen Icons, Wiedererkennungspiktogrammen arbeiten und einem kleinen Einleitungstext. Und man kann also das ganze Feld anklicken, das zeige ich gleich, oder nur das Bild. Wir haben dann das Pferd in sechs Hauptregionen, also einfach vom Körperaufbau unterteilt, sodass man eben auch schneller was findet, wenn man sagt, so ich habe was, das sitzt jetzt am Hals, das sieht irgendwie gefährlich aus und ich gucke jetzt nur in die Rubrik Hals und komme da eben relativ schnell zum Ziel, sodass also die Suche von verschiedenen Seiten aus erfolgen kann. Und das Geniale ist, dass man das Ganze auch über Lesezeichen markieren kann, sodass man in der Aufregung auch ganz schnell wieder zurückfindet zu dem, was vielleicht wichtig war oder vielleicht etwas, was man sich zu Hause schon mal in Ruhe durchgelesen hatte, um es dann im Stall anzuwenden. So, jedes Problem, jede Krankheit ist dann so aufgebaut, dass wir Wichtiges vorab haben. Also zum Beispiel bei Schlundverstopfung, wie ist denn die Speiseröhre des Pferdes überhaupt aufgebaut? Warum kommt es da zu einer Verstopfung? Das finden wir ja bei Menschen relativ selten. Warum leiden Pferde häufiger darunter, dass man überhaupt die Zusammenhänge versteht? Dann, woran kann man es erkennen? Und ein Bereich, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, sind die No-Gos. Die sind auch deswegen in Rot. Also welche Fehler bitte auf gar keinen Fall machen, die unter Umständen vielleicht das Leben des Pferdes kosten könnten oder aber die Heilung doch sehr in Frage stellen. Stichwort eine Wunde, die genäht werden muss, irgendwie schon mal mit einer Salbe zukleistern. Ja, dann kann nämlich der Tierarzt nicht mehr nähen. Also solche Dinge stehen auch drin. Dann Sofortmaßnahmen heißt, was mache ich in der Wartezeit, bis der Tierarzt da ist? Das kann ja unter Umständen länger dauern. Und was war denn eigentlich die Ursache, dass das Ganze passiert ist, damit ich künftig vorbeugen kann? Dann haben wir aber auch ein Kapitel, was zunächst von unseren beiden Tierärzten etwas kritisch beäugt wurde. Was macht der Tierarzt? Ja, die sagten beiden, na, wir wollten uns ja nicht auf die Finger gucken lassen. Und wenn die Kunden, weil sie was gelesen haben, uns dann vorschreiben, was wir zu tun haben, das soll es in keinem Fall heißen, ja, sondern es gibt ja unterschiedlich talentierte Menschen, auch bei den Tierärzten, unterschiedliche Erfahrungsschätze. Jemand, der frisch von der Uni kommt, hat vielleicht das Problem, was er da gerade behandeln soll, live und in Farbe noch nie gesehen, ja. Und wenn man dann als Pferdebesitzer weiß, was erfolgen soll, ja, dann kann man vielleicht auch Fehler des Tierarztes verhindern. Ganz tragisches Beispiel, letztens bei einer Kundin, die einen Shetland Pony Mini Shetty Fohlen gekauft hatte. Und das hatte eine Kolik, also ich hätte gesagt, eine harmlose Gaskolik. Sie war aber voll in Panik, der Tierarzt, der kam, war sehr unerfahren und sagte, ja, eigentlich bei Kolik müsste ich jetzt Nasenschlundsonde schieben, aber ich habe gar nicht so eine kleine Nasenschlundsonde. Und dann hat er eben einmal was Entspannendes, Buscopan gespritzt, das hat nicht sofort Wirkung gezeigt. Das ist aber manchmal so, also auch wir haben ja häufiger mal längere Zeit Bauchweh. Und weil er dann gesagt hat, naja, ich kann das Pferd jetzt nicht zielführend behandeln, hat er nicht abgewartet, sondern das einfach eingeschläfert, ja. Obwohl das eine harmlose Kolik war so. Und wenn man als Pferdebesitzer da besser Bescheid weiß, dann kann man da sicherlich auch noch einschreiten. Das ist jetzt sicherlich eine Ausnahmesituation, aber kann eben passieren. So, dann in den Checklisten hatte ich eben schon gesagt, wie untersucht man sein Pferd überhaupt? Was ist normal, Atemwerte, Puls, wie sieht die Haut aus, wie sehen Schleimhäute aus, was sagt uns, wenn die Schleimhäute knallrot oder bläulich sind und so weiter und so weiter. Dann haben wir ein riesen Kompendium von Giftpflanzen. Ich würde mal behaupten, das ist die größte Sammlung an gefährlichen Pflanzen, die ich je gesehen habe. Wir haben von allen Richtungen Fotos bekommen, die wir benutzen dürfen. Und dabei auch diese Pflanzen in sehr giftig und weniger giftig und so weiter eingeteilt. Auch das lohnt sich, da mal drin rumzublättern, damit man eben verhindern kann, dass das Pferd das frisst. Naja, und dann was gehört in eine Notfallapotheke und so weiter und so weiter. Und bei den wirklichen Notfällen sind so Dinge auch drin wie Aufhängen im Halfter. Das Pferd hat sich unterm Zaun festgelegen. Hitzschlag war jetzt im Sommer wirklich ein Thema. Also ich habe einige Pferde gekannt, die nicht mehr leben, weil sie an einem Hitzschlag verstorben sind. Auch da, wenn die Pferdebesitzer vorher gewusst hätten, was es auslöst, hätten sie es verhindern können. Und dann haben wir genialerweise eine Tierarzt-Hotline. Das ist unsere Tierärztin, die Kerstin Wichelhaus. Das zeige ich euch. Die ist hier unten. Das ist diese Dame. Die mit ihrer Handynummer zur Verfügung steht, Tag und Nacht auch erreichbar ist, also ans Telefon geht. Und für erste Einschätzung im Falle des Falles zur Verfügung steht, empfängt auch Fotos und Videos. Und ich habe sie schon ein paar Mal so arbeiten sehen. Also ganz oft führt es dazu, dass die Pferdebesitzer auf jeden Fall dem Pferd schon mal gute Unterstützung bieten oder aber vielleicht sogar Kleinigkeiten komplett selbst in den Griff bekommen. Und ja, und dann kann man die App auch komplett über den Computer bedienen. Ich mache das jetzt hier einfach mal über diese Web-App-Geschichte. So, und dann erscheint das, was man sonst auf dem Handy hat. Genau, einen ganz kleinen Moment. So ist es also aufgebaut. Willkommen gehe ich jetzt einfach mal wieder raus. So, wir haben immer ein Thema der Woche. Das ist das, was als letztes reingekommen ist. Das haben wir jetzt, haben wir da den Spritzenabzess. Und ja, so könnt ihr also durchklicken. Dann gehen wir vielleicht einfach mal in das Thema der Woche rein. So, ich hätte mich anmelden müssen, weil, damit habe ich nicht gerechnet, ich zwar natürlich meine eigene App gekauft habe, aber noch nicht für den Computer freigegeben bin. So, und dann weiß ich natürlich mein eigenes Passwort nicht. An dieser Stelle, Babette, müssen wir einen Schnitt machen. Ein Schnittchen machen. Ja. Passwort vergessen. So, das muss ich jetzt einmal machen. Warte mal, ich könnte ja die Aufzeichnung einmal unterbrechen. So, wir setzen nochmal ein bei, nehmen wir doch einfach mal den Spritzenabzess. Und das Thema der Woche, das, was als letztes reingekommen ist. Klicken da einmal drauf. So, da sehen wir jetzt das erste Kapitel, wichtiges vorab. Warum kann das überhaupt passieren, dass sich da was entzündet, wenn wir mit einer Nadel reingestochen haben? Wie sieht sowas aus? Auch hier ganz super, dass also meine Kunden mir jetzt schon Fotos liefern, weil man kann ja nicht losgehen und Fotoshooting machen und alle Krankheiten dieser Welt präsentieren sich irgendwie einem. Das geht ja gar nicht. Also bin ich total darauf angewiesen, dass alle meine lieben Kunden mitdenken und besondere Dinge fotografieren. Und ja, das finde ich total klasse. Und ich habe mittlerweile ein riesen, riesen Archiv. So, wie entsteht dann so ein Ding eigentlich, so ein Abszess? Ja, was geht da im Körper vor sich? Auch das sollte man wissen, damit man richtig handeln kann. So, dann gibt es unterschiedliche Stadien jetzt bei so einem Abszess. Wie kann ich das erkennen? Nicht gerade beim Abendbrotessen angucken, sondern dann, sei denn so abgehärtet wie wir, uns macht das nichts, ne? Genau, aber das geht für einige Kapitel, ja. Also auch die Bilder und Videos von Schlundverstopfung möchte ich jetzt nicht unbedingt während des Essens sehen. So, dann haben wir eben auch dann wieder Fotos unterschiedlicher Reifestadien, wo man das, was geschrieben ist, dann auch erkennen kann. Also dann, wenn das Ganze mal deutlich gefährlicher ist. Hier ein Pferd, das auf eine Impfung so reagiert hat, dass es den Hals überhaupt gar nicht mehr bewegen konnte und so eine Riesenschwellung hatte, die dann langsam wieder abgeheilt ist und dann so eine Wunde noch hinterlassen hat. Dann haben wir hier wieder die No-Gos, was wir auf keinen Fall machen dürfen, wenn dann Abszess ist. Sofortmaßnahmen. Wenn es gerade am Anfang ist, dann kann man das mit Kühlen noch verhindern, dass sich so ein richtiger Abszess bildet. Das ist also auch wieder toll für Hilfe zur Selbsthilfe und um unter Umständen das Geld für den Tierarzt wirklich dann auch sparen zu können. Wenn man einen Tag wartet, ist es dann vielleicht schon zu spät. Also auch hier wieder, wer vorher gelesen hat, weiß sofort, was zu tun ist. So, dann haben wir die Ursachen nochmal ganz genau aufgedröselt. Und je nachdem, wo in welcher Region geimpft oder gespritzt wird, dass da durchaus die Gefahren unterschiedlich sind und warum das so ist. So wieder, was macht der Tierarzt? So, wie sieht das aus, wenn der Eiter raus ist? Und dann eine Riesenliste von Hausmitteln, homöopathischen Mitteln, die den Heilungsprozess unterstützen können. Das finde ich so genial, weil du hast da ja einfach so ein fantastisches Wissen, was man noch zusätzlich machen kann, auch bei anderen Erkrankungen. Und wo du so viel weiterkommst, das ist einfach unbezahlbar, finde ich. Das finde ich ganz toll. Ja, kommt auch aus der Zeit, dass ich in vielen fremden Ländern auch unterwegs gewesen bin, wo man einfach nicht in die Apotheke gehen kann und sich das Passende kauft, sondern dann auch schon mal mit Pflanzen und Wurzeln und so weiterarbeiten muss. Deswegen wollte ich es eben auch sehr, sehr praxisnah machen. Und ich glaube, das ist mithilfe aller, die daran teilhaben, auch gelungen. So, dann weise ich auch immer... Du hast halt das Handy ja auch immer dabei. Genau. Ich sehe sowas, bis ich zu Hause bin und meine Bücher durchgekramt habe, bis ich was gefunden habe. Und da wir unser Handy ja immer dabei haben, also ich finde das wirklich... Naja, und es ist alles an einer Stelle zusammen. Man ist nicht darauf angewiesen, wenn man so ein Stichwort eingibt, dann googelt man sich ja von A nach B und dann kommt man auf Webseiten. Da kann es richtig sein, was die schreiben. Es kann aber auch sein, dass das irgendeine Laienseite ist, wo so seidenes Halbwissen verbreitet wird. Dann macht man unter Umständen auch was falsch. Also mein Mann, der ja für die Grafik zuständig ist, der aber nur durch mich jetzt Ahnung von Pferden bekommen hat und nicht viel Erfahrung, der sagt, ich habe ja mal einen Begriff, den du jetzt bearbeitet hast, den habe ich einfach mal bei Google eingegeben. Und da gibt es echt sechs völlig verschiedene Behandlungsmethoden. Die können meiner Meinung nach gar nicht alle richtig sein, weil sie sich teilweise komplett widersprechen. Und das passiert einem eben, wenn man nicht auf fundierte Quellen zurückgreift. Und das wollten wir eben mit so einem Pool von Wissen und Sachen, die funktionieren. Manchmal sind es eben auch Problembereiche, wo ich dann schreibe, das und das würde jetzt in der Klinik gemacht werden. Aber wenn man nicht so viel Geld ausgeben kann, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit der Therapie, die vielleicht ein bisschen länger dauert, aber auch zum Ziel führt. Also bei Sehnenschaden zum Beispiel ist das so eine Geschichte, da kann man mit Gerätetherapie innerhalb kürzester Zeit eine deutliche Besserung erreichen. Man kann aber auch mit Hausmittelchen vielleicht in etwas mehr Zeit das gleiche gute Ergebnis erreichen. Und da möchte ich halt die Pferdebesitzer autark machen, dass sie also selber entscheiden können, auch zu welchen Mitteln sie greifen. Und dass sie vor allen Dingen auch den roten Faden von so einem Behandlungsablauf und Therapieablauf, der ja manchmal Monate dauern kann, Hufrehe. Ja, Hufrehe ist so ein klassisches Beispiel von einer ganz dramatischen Hufrehe mit Rotation des Hufbeines oder Absenkung oder einer Kombination aus beidem, was noch ungünstiger wäre, bis zu es ist alles wieder gut, der Huf ist normal und die Biomechanik des Hufes auch wieder normal, ein Jahr. Ja, und wenn man während dieses Jahres den roten Faden aus dem Blick verliert, dann wird unter Umständen alles wieder so schlimm wie am Anfang oder eventuell noch schlimmer. Wenn ich mir überlege, dass vielleicht jetzt mithilfe deiner App auch allein nur ein Hufrehe fährt, rechtzeitig diagnostiziert wird durch einen Besitzer, der das sonst gar nicht so... Gar nicht erkennen kann. Genau, jetzt aber die Fotos sieht und sagt, ach du Gott, mein Pferd steht ja genauso da wie auf dem Foto. Und dann auch vielleicht gleich handelt, dann ist ja diese App schon... Also hat eure Arbeit ja schon mehr als bezahlt gemacht, wenn nur ein Pferd dadurch gerettet wird. Und ich bin mir sicher, dass dadurch ganz, ganz vielen Pferden wirklich geholfen werden kann. Also das ist auch meine Intention, weil... Also ich erinnere, ich hatte in jungen Jahren einen ganz, ganz, ganz hervorragenden Tierarzt, der leider sehr früh gestorben ist. Und der war für mich immer so das wandelnde Lexikon. Der wusste einfach alles und hat auch die unmöglichsten Fälle wieder hinbekommen. Also ich habe den wirklich ein paar Jahre sehr intensiv beobachten können, weil er auch ein kleines Gestüt hatte. Und da stand meine Zuchtstute und da sind die Fohlen lange Zeit gewesen. Deswegen hatten wir einen intensiven Kontakt. Und der ist eben sehr jung, mit Anfang 40 schon gestorben. Und ich habe gedacht, abgesehen von dem menschlichen Verlust, dieses ganze Wissen, das ist jetzt alles in so einem großen schwarzen Loch verschwunden. Also der hatte nichts aufgeschrieben, nichts der Nachwelt hinterlassen sozusagen. Und das ist auch ein bisschen mein Anliegen, dass das, was jetzt über Jahre einfach gesammelt worden ist, dass das eben verarbeitet wird und den Pferdebesitzern zugänglich gemacht wird. Dass das nicht ganz kostenfrei geht. Also anfangs bin ich auch von einigen so ein bisschen angefeindet worden. Eine Erste-Hilfe-App, gerade bei der ersten Auflage, wo wir wirklich rein in Erste Hilfe unterwegs waren. Das muss doch kostenlos sein. Ja, wenn man denn Werbung zwischendurch haben will, dann kann man sowas kostenlos anbieten. Aber diese ganze Arbeit, die dahinter ist, also das kann man an Stunden schon gar nicht mehr zählen. Und wenn einem dann 5 Euro oder mit dem Coaching im Hintergrund 15 Euro im Monat zu viel dafür sind, dass man im Prinzip die meisten Probleme auch wieder in den Griff bekommt und viele, viele Dinge auch ohne Tierarzt lösen kann. Also dann weiß ich es nicht. Erzähl doch nochmal, wie das am Angebot unterteilt ist, was da mit drin ist in den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr anbietet. Ihr habt ja halt auch diese... Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal hier aus der App-Geschichte raus, wo man das genau sehen kann. Also ich gehe jetzt nochmal zurück auf die eigentliche Website. Da gibt es also drei verschiedene Pakete. Man kann sich registrieren lassen. Das ist immer kostenfrei. Und dann kann man die Kapitelzusammenfassungen auf jeden Fall lesen. Aber man hat noch keinen Zugang zu den Fotos und den Videos. Und natürlich auch nicht die Hotline von der Tierärztin und auch keine Coaching-Stunden. Aber man kann 48 Stunden alle Inhalte testen. Also wäre das im Prinzip der erste Schritt. Und kleiner Tipp, das habe ich nämlich durch Nachfrage bei meinen Kunden herausbekommen, die sich alle haben registrieren lassen, so aus meinen Schülerkreisen und so. Und dann aber noch nicht bezahlt haben, weil sie sagen, ja, ich möchte es erst mal lesen, diese zwei Tage in Ruhe. Oder im Moment habe ich nicht so viel Geld. Aber wenn denn der Notfall eintritt, dann habe ich ja die App schon auf dem Handy und brauche dann nur noch auf den Bezahl-Button zu drücken. Und dann habe ich auch in Sekundenschnelle alles, was ich brauche. So, das wäre eine gute Idee für jemanden, der eben im Moment sich noch nicht entschließen kann. Dann hat man das Icon auf dem Handy, findet das sofort wieder, ein Klick und man ist wieder da. Dann ist das Basispaket. Das heißt persönlich, weil das muss man irgendwie einen Namen geben. Das wären also fünf Euro im Monat. Alle Inhalte, alle Fotos, alle Videos, alle Texte. Dann haben wir verschiedene Partner, die uns unterstützen, aber nicht mit Werbung zwischendurch aufpoppen, sondern nur auch Inhalte geliefert haben. Wie zum Beispiel jemand, der jetzt für uns noch mal zum Thema Wunden etwas über feuchte Wundauflagen schreibt. Also durchaus Dinge, die neu sind, die hilfreich sind. Und dafür, dass wir uns Inhalte liefern, dann eben bei den Partnern gelistet sind. Und die bieten den Nutzern unserer App in der Regel auch Prozente an. Das sieht man dann, wenn man in diese Partnerliste geht. So, und dann ist in diesem Paket die Notfallnummer der Tierärztin, die 24 Stunden erreichbar ist, auf jeden Fall mit drin. Und das Premium Professional Paket unterscheidet sich dann dadurch, dass zwei Stunden Coaching bei mir mit drin sind. Das nutzen jetzt zum Beispiel ganz viele meiner Kunden, die ohnehin vorhatten, ein Online-Coaching bei mir zu machen zum Thema Hufe, zum Thema Training oder ich habe Probleme mit dem Sattel oder mein Pferd ist ganz schief. Man hatte ja eben schon gesagt, dass es dazu ein gut funktionierendes Drehbuch gibt. So, und mit zwei Stunden Telefon- oder Live-Coaching-Beratung kommen wir also schon riesige, riesige Schritte weiter. Das kann ich auch wirklich nur, nur wärmstens weiterempfehlen. Das empfehle ich auch regelmäßig weiter, weil ich dein Coaching wirklich überragend gut finde. Und ja, also damit kommt man wirklich schon weit. Und man kriegt alle Anleitungsvideos, also alle Videoschnipsel, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Nur wie schneidet man die Eckstreben aus? Wie kann man am Strahl selber was korrigieren? Wie korrigiere ich eine leichte Blockierung in der Halswirbelsäule? Wie lasse ich mein Pferd abkauen? Diese ganzen Videos verschicke ich dann kostenfrei. Die muss man dann nicht extra bezahlen, sodass man in diesen zwei Stunden Coaching oft ein Paket von Videos hat, wenn man alle als Webinar gebucht hätte, vielleicht 200 Euro bezahlt hätte. Also da versteckt sich eine ganze Menge an Service hinter, was man so jetzt im Vorhinein gar nicht erklären kann. Das muss man wirklich erleben. Und diese zwei Stunden kommen dann im Prinzip, weil es ja ein Abo ist, in jedem Jahr wieder neu. Und man kann natürlich auch mehr Coachingstunden direkt bei mir buchen. Das hat aber dann mit der App nichts zu tun. Und das Coaching über die App ist auch noch 10 Euro günstiger pro Stunde. Zusätzlicher Vorteil, also zwei Stunden Coaching, 20 Euro günstiger, als wenn man es direkt bei mir kaufen würde. Und die App hat man quasi kostenfrei oben drauf. Ja, mega. Richtig gut. Ich finde es ein ganz tolles Angebot und hoffe, dass wirklich viele sich bei dir registrieren und die App buchen. Würde mich auch freuen. Und sie wächst. Das ist auch noch wichtig von Monat zu Monat. Also manchmal schaffe ich sogar zwei neue Themen in einem Monat einzustellen. Und wenn es ein größerer Bereich ist, dann eben nur eins. Aber es kommt eben jeden Monat was dazu. Und die User können auch sich was wünschen. Also wenn was fehlt, was vielleicht häufiger mal auftaucht im Stall, einfach eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, ihr könntet doch mal was zum Thema XY machen. Ja. Richtig gut. Echt mega gut. Hat mich auf jeden Fall total überzeugt und sehr, sehr begeistert. Deswegen hatte ich dich ja auch um dieses Gespräch gebeten, weil ich das gerne helfen möchte, dass das ganz weit sich verbreitet. Danke, danke. Vielen Pferden und ihren Besitzern ja sehr, sehr zugutekommen wird. Echt toll, was ihr da gemacht habt. Ja. Danke, dass ich das vorstellen durfte. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Und wir sprechen demnächst bestimmt wieder wegen einer unserer gemeinsamen Schützlinge. Genau. Prima, Babette, vielen Dank. Bis bald, ja? Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, jetzt mal die Aufzeichnung. Ende.